Gestatten der TSG-Rekordspieler. Keiner ist in der Bundesliga häufiger für Hoffenheim aufgelaufen als Sebastian Rudi. Der ewige Rudi im Wandel der Zeit. Wassermeyer für die Bayern oder Michael Zorc in Dortmund ist Basti für die TSG. Der mit den meisten Spielen. Das freut mich natürlich. Ich spiele natürlich auch sehr starke Rückendeckung vom Trainer, vom ganzen Verein. Und das braucht man glaube ich auch als Spieler. Und ich versuche natürlich dann auf dem Platz meine Leistung zurückzugeben. Ein Spiel lesen, strategisch handeln. Immer voller Einsatz. Wie oft? Dazu unsere heutige Quizfrage. Wie viele Bundesligaspiele hat Sebastian Rudi bis heute für die TSG bestritten? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.